Moin und herzlich willkommen. Letztens war es soweit, ich habe Besuch bekommen. Ja, auch mir passiert das. Und ich habe zu einer Flasche Wein geladen. Was ist passiert? Ich habe in meinem Asbach uralten Weinflaschenöffner nicht abgebrochen und mein Besuch hat sich köstlich amüsiert und ich habe mir gedacht, ey, das passiert dir nicht normal. In Zukunft machst du es besser. Und wie? Mit einem elektrischen Weinflaschenöffner. Ganz einfach. Der Electric Wine Bottle Opener von Twins Up. Genau das soll meine Lösung sein und mir das nächste Mal den Abendritten. Schauen wir mal. Alles ordentlich eingepackt. So, da haben wir natürlich alles. Einmal die Ladestation, das Ladekabel und den Folienschneider für die Weinflasche. Achtung, scharfe Klingen. Was haben wir hier? Erstmal ein solides Edelstahlgehäuse, da drin befindet sich ein Elektromotor. Wir haben die beiden Knöpfe für Vorwärtsdrehen, rückwärtsdrehen. Ja, und ihr habt es gesehen, es ist eine LED drin. Das Ganze leuchtet also beim Öffnen richtig schön die Flasche an. Wie ich finde, eine coole Sache. Aufgeladen wird das nachher später über diese beiden Kontakte. Einfach reinstellen. Fertig. Und laden. Den Folienschneider kann man hier einfach drauf drücken. Dann hat man alles beisammen. Das Gehäuse wirkt etwas trostlos gemacht. Materialermutung sehr, sehr billig. Aber das Teil soll ja auch nur seinen Zwecke füllen und den Flaschenöffner letzten Endes aufladen. Deswegen lasse ich das Teil jetzt erstmal zur Seite. Das ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Viel wichtiger ist jetzt erstmal dieser Kollege hier. Der wirkt tatsächlich recht hochwertig. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass es hier irgendwie einen billigen Eindruck macht. Wie das Ganze funktioniert, ist praktischerweise sehr einfach und bildhaft beschrieben. Und zwar auf der Innenseite der Verpackung. Falsch machen kann man da eigentlich nichts. Wer Comics lesen kann, versteht auch das hier. Du willst noch mehr Infos zu diesem Produkt? Dann schau auf unsere Website. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann ganz einfach. Liken, abonnieren, Glocke drücken. So verpasst du kein Video mehr. So, dann wollen wir noch mal schauen, wie wir das hinkriegen. So. das war doch mal richtig einfach das ist richtig sexy wie das funktioniert damit werdet ihr beim weinflasche öffnen bestimmt nicht mehr zur lachnummer also besorgt euch den electronic wine bottle opener von twins up alle informationen dazu findet ihr auf unserer website den link dazu findet ihr unten in der beschreibung und ich werde jetzt erstmal ein gläschen wein trinken und bedanke mich fürs zuschauen und